Mark Twain, Huckleberry Fins Abenteuer und Fahrten Im Hause war mittlerweile alles still und dunkel geworden. Wir öffneten das Fenster und suchten eine Gelegenheit, hinunterzukommen. Glücklicherweise war der Blitzableiter ganz in der Nähe. Der diente uns zum Beförderungsmittel, so leicht und bequem wie eine breite Treppe von Marmor. Wir also hinuntergerutscht, schneller als der Blitz und hin zur Hütte, um zu untersuchen, ob Tom recht gehabt mit seinen Vermutungen. Die Hunde hielten sich still, die kannten uns schon. Bei der Hütte angelangt, inspizierten wir zuerst die uns noch unbekannte Nordseite und fanden da etwa in Manneshöhe eine viereckige Öffnung, vor die ein leichtes Brett genagelt war. Hallo, Tom, frohlocke ich, da haben wir's schon. Das Brett weg, Jim kriecht durch und frei ist er. Ja, das ist simpel genug nach deinem Geschmack, höhnt Tom. So simpel wie eins, zwei, drei, hicke, hacke, heu. Oder wie Kreisel schlagen. Nein, ich denk, wir finden schon was anderes heraus, dass sich mehr der Mühe lohnt als das. Na, lass uns ihn heraussägen, schlug ich vor, so wie ich's damals vor meinem Tod gemacht habe. Das ging schon eher, stimmte er bei, da ist doch was Geheimnisvolles und Umständliches dabei. Aber ich wette, wir finden noch etwas viel, viel Abenteuerlicheres heraus. Wir haben ja gar keine Eile. Lass uns nur mal weitersehen. Zwischen der Hütte und dem Zaun befand sich eine Art Schuppen, aus rohen Brettern zusammengenagelt, so lang wie die Hütte selbst, aber viel schmäler, nur etwa fünf bis sechs Fuß breit. Dieser Schuppen stieß mit dem einen Ende an die Hütte und die Tür dazu war mit einem Vorlegeschloss verwahrt. Tom fand eine alte Eisenstange und zog damit einen der eisernen Krampen heraus. Die Tür ging auf und wir krochen in den Schuppen, langsam und vorsichtig. Beim Schein eines Schwefelhölzchens sahen wir, dass der Raum nur mit alten Schippen, Spaten, Hacken und einem wackeligen, ausgedienten Flug gefüllt war. Eine Verbindung zur Hütte gab's nicht und der Boden bestand aus gestampftem Lehm. Die Flamme des Zündhölzchens empfahl sich. Wir taten desgleichen und drückten den herausgezogenen Krampen wieder hinein, sodass der Verschluss aussah wie vorher. Tom frohlockte. Kaum waren wir heraus, so rief er. Jetzt ist alles gut. Jetzt weiß ich, was wir zu tun haben. Wir graben ihn heraus. Dazu brauchen wir mindestens eine Woche. So weit war's also abgemacht, und wir wandten uns wieder dem Hause zu. Ich ging direkt auf die Hintertür zu, die nur mit einem Lederriemen befestigt war. Mir schien es der einfachste Weg, aber dem Tom war's lang nicht romantisch genug. Das mußte abenteuerlicher gemacht werden, und er bestand darauf, am Blitzableiter in die Höhe zu klettern. Ja, mir war's recht. Einstweilen aber wollte ich mir das Ding erst einmal ansehen, ehe ich mich zur Nachfolge entschloss. Dreimal war Tom halbwegs oben, und dreimal kam er blitzschnell wieder unten an. Das letzte Mal hätte er sich beinahe den Schädel entzwei geschlagen. Tom ließ sich aber durch so eine Kleinigkeit nicht abschrecken. Er probierte es ein viertes Mal, nachdem er sich vorher ausgeruht, und diesmal blieb er Sieger und kletterte triumphierend durchs Fenster. Ich aber machte mich ganz behaglich zur Treppe hinauf. Ich bin einmal kein solcher Held wie Tom und habe auch gar keine Lust dazu, einer zu werden. Das Ding kommt mir gar zu mühsam vor. Am Morgen waren wir mit der Sonne auf und sprangen in den Hof, um uns mit den Niggern und Hunden zu befreunden. Hauptsächlich lag uns dran, den Nigger kennenzulernen, der Jim sein Futter brachte, wenn es wirklich Jim war, der da gefüttert wurde. Sie waren gerade alle beim Frühstück und brachen dann zur Arbeit auf, und Jims Nigger häufte Brot und Fleisch und sonst allerlei auf eine Zinnschüssel. Und da, während die anderen weggingen, wurde auch der Schlüssel zur Hütte gebracht. Jims Nigger hatte ein gutmütiges, rundes Gesicht, und seine Wolle auf dem Kopf war in lauter kleine Bündelchen zusammengebunden, um die Hexen und Geister fernzuhalten, wie er uns erzählte. Nie in seinem Leben sei er von den Unholden so gequält worden, wie eben in den letzten Nächten. Er sehe und höre ganz furchtbare Dinge, die gar nicht da seien. Geräusche, Stimmen. Kurz, er wisse sich kaum mehr zu helfen. Dabei wurde er so aufgeregt bei der Erzählung seiner Leiden, dass er ganz vergaß, was er im Begriff gewesen war zu tun. Sagt Tom, wozu steht denn, dass viele essen da? Sollen's die Hunde kriegen? Der Nigger grinste ein wenig, dann allmählich mit dem ganzen Gesicht, so wie wenn der Mond ganz langsam Stückchen für Stückchen hinter einer Wolke hervorkommt und antwortet, Ja, junger Herr, seien eine Hund und seien ganz merkwürdige Hund das. Du ihr wollen sehen? Ja, natürlich. Ich stieß Tom in die Rippen und flüstere ihm zu, Du willst hin? Am hellen Tag? So war's aber doch nicht ausgemacht. Meinetwegen, dann ist's jetzt. So trotteten wir also wahrhaftig hinter dem Nigger her, direkt auf die Hütte los. Mir war's gar nicht behaglich dabei. Als wir hineinkamen, war alles stockfinster und wir konnten zuerst gar nichts sehen. Jim aber sah uns und platzte heraus, Wahrhaftig, da seien Hack und Gute, gnädige Himmelsherr, Seien das nicht Herr Tom? Junge Herr Tom? Da hatten wir's. Ich wusste ja, wie es kommen würde. Ich hat's vorher gewusst. Nun war's verraten. Und was jetzt tun? Mir fiel nichts ein. Ich stand mit offenem Munde da. Ja, und wenn ich auch etwas hätte sagen wollen, ich hätt gar keine Zeit dazu gehabt, denn der Nigger drehte sich ganz starr nach uns um und rief, Was? Gute Gott, junge Herren kennen alte Nigger? Inzwischen hatten sich unsere Augen an das Dunkle gewöhnt und wir konnten nun die Gegenstände erkennen. Tom starrte den Nigger wieder an, unverwandt und furchtbar verwundert, und fragt, Kennen wir wen? Ei, alte, durchgebrannte Nigger hier vor uns. Woher sollten wir den kennen? Wie kommst du darauf, Alter? Wie kommen Sam drauf? Sein Sam taub? Haben alte Nigger nix eben Namen gesagt von junge Herren? Na, das ist aber doch merkwürdig. Wer hat was gesagt? Wann hat er's gesagt? Was hat er gesagt? Ganz ruhig wendet Tom sich jetzt zu mir. Hast du jemanden was sagen hören? Ich? Nee, ich hab gar nichts gehört. Dann wendet er sich zu Jim, mustert ihn erst eine Weile, als habe er ihn nie gesehen, und fragte dann, Hast du was gesagt? Jim? Herr? fragt dieser ganz unschuldig. Nein, Jim haben gar nix gesagt. Und er schüttelt den dicken Kopf, dass er nur so hin und her fliegt. Kein Wort? fragt Tom noch einmal. Kein eine Wort, junge Herr, beteuert Jim. Hast du uns jemals vorher gesehen? Kann nix sein, Herr. Jim haben, junge Herren, nie nix gesehen, nie nix. Jetzt wendet sich Tom zum Nigger, der ganz verwirrt und eingeschüchtert dabei steht, blickt ihn streng an und fragt, Was ist denn mit dir eigentlich los, Alter? Rappelt's bei dir? Wie kommst du drauf, der Nigger dort habe was gesagt, habe uns gekannt? Oh, das seien nur alte, schreckliche Geister, junge Herr. Sam wünschen, er wäre tot. Geister ihn immerfort so grausam plagen. Ach, junge Herr, junge Herr, ihr nix sagen, Master Silas, alte Sam sonst so viel zanken. Er sagen, seien keine Geister nix, seien keine Hexen nix auf der Welt und alte Sam sie doch immer hören und sehen. Wenn er nur gewesen jetzt hier, er müssen glauben. Aber das seien immer so. Leute, was wollen nix, glauben dran, glauben nix, wollen nix sehen und hören und wenn's andere Leute ihnen sagen, sie nix wollen wissen. Tom gab ihm einen Cent und sagte zu ihm, wir würden ihn nicht verraten, er solle sich für das Geld noch mehr Bindfaden kaufen, um seine Wolle besser zusammenzubinden. Es sei offenbar so noch nicht genug. Dann blickt der Jim noch einmal fest an und sagt, ich möchte nur wissen, ob Onkel Silas den Kerl nicht baumeln lässt. Ich täts an seiner Stelle, so einen undankbaren Hund, der seinem Herrn durchbrennt. Und während der Nigger mit seinem Geldstückchen zur Tür schleicht, um's zu betasten und auf seine Echtheit hin zu prüfen, nähert sich Tom Jim und flüstert ihm leise zu, verrate ja nie, dass du uns kennst und wenn du bei Nacht graben hörst, so sind wir es, wir wollen dich befreien. Jim hatte nur Zeit, nach unseren Händen zu fassen und sie zu drücken, dann kam der behexte Nigger wieder auf uns zu und wir versprachen, bald wieder mit ihm herzukommen, wenn er es wolle. Er meinte, es sei ihm sehr lieb, besonders im Dunkeln, wo ihn die Geister am meisten plagten. Je mehr Menschen da seien, desto besser. So schieden wir von Jim dem Wiedergefundenen. 26. Kapitel Gut durchgeschlüpft Schwarze Pläne Gewandtheit im Stehlen Ein tiefes Loch Noch war's fast eine Stunde bis zum Frühstück. Wir gingen dem Wald zu, denn Tom wollte etwas Licht haben, um in der Nacht in dem dunklen Schuppen graben zu können. Eine Laterne, meinte er, sei zu hell und so wollten wir uns altes, verfaultes Holz suchen, das im Dunkeln leuchtet. Freilich nicht stark, aber für unsere Arbeit doch gerade genug. Wir suchen also, finden auch ziemlich viel, verstecken's im Gebüsch und Tom fährt ganz unzufrieden heraus. Verdammt! Alles wickelt sich so glatt und leicht ab. Es ist doch infam schwer, einen schwierigen Plan ins Werk zu setzen, bei dem's der Mühe wert ist, sich anzustrengen. Nicht einmal ein Wächter kommt uns in den Weg, den man einschläfern müsste. Ein Wächter gehört doch wenigstens dazu. Kein Hund, der einen Schlaftrunk oder Gift haben muss. Nichts! Nichts! Dem Jim haben sie eine Kette, so dünn wie mein kleiner Finger, ums Bein getan und ihn damit ans Bett gebunden. Nun frag ich eins, ist das ne Art? Da muss man nur das Bett aufheben, die Kette abstreifen und Jim ist frei. Und Onkel Silas, der traut jedem, überlässt den Schlüssel dem Kürbisschädel von Nigger und bestellt niemand, der auf ihn aufpasst. Jim hätt schon längst aus dem Loch herausgekonnt, wenn er nur gewollt hätte. Der ist aber zu klug und weiß, dass er mit der Kette am Fuß nicht weit käme. Holst der Henkehack, es ist die dümmste Geschichte, die ich je erlebt habe. Da heißt's, alle Schwierigkeiten selbst erfinden. Na, das können wir nun nicht ändern. Wir müssen eben versuchen, das Beste aus der Sache zu machen. Eines tröstet mich und das ist, dass es noch viel, viel glorreicher und rühmlicher sein wird, Jim durch einen Haufen von Gefahren und Abenteuern durchzubringen, wo nicht eine Schwierigkeit existierte, gar keine in den Weg gelegt wurde, von denen, deren Pflicht es gewesen wäre, sie zu liefern und wir sie alle, alle in unserem eigenen Hirn ersinnen mussten. Das nenne ich groß und das tröstet mich auch und macht mir Mut. Nimm nur einmal bloß die eine Laterne anhack. Schon dabei müssen wir nur so tun, als sei es gefährlich, was? Ich glaube, wir könnten bei Fackelzug Beleuchtung graben. Es kümmerte sich noch keine Seele drum. Inzwischen müssen wir aber ausschauen, ob wir nichts finden, aus dem sich eine Säge machen lässt. Was sollen wir damit? Was wir damit sollen? Ei, müssen wir nicht das Bein von Jims Bett absägen, um die Kette loszukriegen? Du hast ja eben selbst gesagt, dass man das nur zu heben brauche, um die Kette abzustreifen. Na, das ist auch wieder ganz und gar nach deiner Art Hackfinden. Du willst immer alles in der kleinen Kinderschulmanier tun. Nur recht einfach, nur recht simpel. Hast du denn nie was gelesen? Kein Räuberbuch, keine Heldengeschichte? Baron Trenk oder Casanova oder Benvenuto Cellini oder Heinrich der Vierte? Kennst du keinen einzigen von diesen Helden? Wer hat je gehört, dass man einen Gefangenen auf so zimperliche Art befreit wie eine alte Jungfrau? Nein, wir machen's, wie es die besten Autoritäten vor uns gemacht haben. Man sägt also das Bein des Bettes entzwei und lässt es dann so, leckt das Sägmehl auf und verschluckt es, so dass niemand es finden kann, dann wird Fett und Schmutz um die durchsägte Stelle gerieben und das Auge des tapfersten, wachsamsten Sinneschals oder wie sie die Kerle heißen, kann nichts davon entdecken und er meint, das Bein sei vollständig heil. Dann, in der Nacht der Flucht, gibt man dem Bett einen Tritt und abfliegt das Bein, die Kette wird abgestreift und frei bist du. Nun hast du nichts weiter zu tun, als deine Strickleiter zu nehmen, sie am Fenster Gitter zu befestigen, hinunter zu steigen, dein Bein beim letzten Sprung in den Festungsgraben zu brechen, denn eine Strickleiter ist immer neunzehn Fuß zu kurz, weißt du, und dann kommen deine treuen Vasallen, die unten stehen, heben dich auf dein Ross und fort geht's wie der Wind deinen heimatlichen Fluren in Long Dock oder Navarra oder wie sie heißen zu. Das ist herrlich, Hack, großartig. Ich wollte, wir hätten auch einen Festungsgraben um die Hütte, wenn wir noch Zeit haben in der Nacht vor der Flucht, graben wir uns einen. Darauf sag ich, was sollen wir denn mit einem Festungsgraben anfangen, wenn wir Jim doch unter dem Schuppen herausbohren wollen? Er aber hört mich nicht, hat mich und alles um uns her vergessen. In sich versunken sitzt er da, das Kinn in die Hand gestützt. Dann seufzt er auf, schüttelt den Kopf und seufzt wieder. Darauf sagt er, nein, das ginge am Ende doch nicht gut, es muss nicht gerade sein. Was denn? frag ich. Ei, Jims Bein abzusägen, sagt er. Herr, du mein Gott, ruf ich, nein, das ist allerdings gar nicht nötig. Zu was wolltest du ihm denn das Bein absägen? Ja, dafür gibt's genug berühmte Vorbilder. Genug haben's schon getan. Wenn sie die Kette nicht anders loskriegen konnten, hackten sie sich einfach die Hand oder den Fuß ab und waren frei. Ein Bein ab wäre noch besser. Das können wir aber am Ende sein lassen. Es ist, wie gesagt, nicht gerade notwendig und Jim ist überdies so ein dickköpfiger Nigger, der es nie begreifen würde, warum es sein sollte und dass es die Mode in Europa ist, es so zu machen. Na also, wir lassen's bleiben. Schwerer Seufzer. Eins aber kann und muss er haben und das ist eine Strickleiter. Wir zerreißen unsere Betttücher und machen ihm eine. Es ist kinderleicht. Die schicken wir ihm dann in einem Laibbrot. So wird's beinahe immer gemacht. Na, aber, Tom Sawyer, warf ich ein, wie du wieder schwatzt. Wozu soll denn Jim eine Strickleiter brauchen? Der weiß ja gar nicht, was er damit anfangen soll. Er braucht eine, Hackfinn, sag ich dir. Du sprichst gerade wie der Blinde von der Farbe. Weißt und verstehst nichts davon. Er muss einfach eine Strickleiter haben, ob er sie braucht oder nicht. Er muss, denn alle haben eine. Was in der Welt soll er aber damit tun? Damit tun? Er versteckt sie in seinem Bett. Kann er das nicht? Das geschieht meistens und er muss es auch. Hack, du willst eben nie etwas der Ordnung und Regel nach tun. Da hast du kein Verständnis dafür. Immer willst du es anders machen als die anderen. Und selbst, wenn er auch nichts mit der Strickleiter anfängt, dann findet man sie doch nachher in seinem Bett als ein wichtiges Indizinium oder wie sie es heißen. Nein, Hack, du weißt und verstehst gar nichts. Glaubst du denn, man braucht keine Indiziniums, wenn einer durchgegangen ist? Natürlich muss man die haben. Du natürlich denkst nichts und sorgst für nichts. Du würdest es nett machen, wenn du es zu tun hättest. Das muss ich sagen. Alle Achtung. Na, sag ich, braucht er es, so braucht er es und soll es haben. Ich will nicht gegen die Regelsündigen Gott bewahre. Aber eins weiß ich, wenn wir nun unsere Betttücher nehmen und zerreißen, um dem alten Kerl eine Strickleiter zu machen, dann kriegen wir es mit Tante Sally zu tun. Die steigt mit dem Strick ohne Leiter hinter uns. So viel ist gewiss. Na, mir soll es recht sein. Mein Buckel ist nicht verwöhnt. Der kennt die Kost. Sag mal, Tom, hätte es nicht auch eine Leiter von Bust geflochten? Der ist leichter zu beschaffen und tut dieselben Dienste. Dann brauchen wir nicht erst was zu zerreißen. Und in den Brotleib lässt es sich auch stecken. Und was Jim betrifft, so hat der keine Erfahrung in den Sachen. Dem ist es einerlei, ob die Leiter von Bust oder von Bett, dumm halten und kein Ende. Wenn ich solch ein Dickkopf wäre, Hackfin, dann hielt ich mein Das würde ich tun. Gewiss und wahrhaftig. Wer in der Welt hat je gehört, dass ein Staatsgefangener auf einer Bastleiter entwichen wäre? Es ist rein zum Todlachen. Na gut, Tom, nur ruhig. Mach's, wie du Lust hast. Ich rat aber, wir nehmen lieber ein Tuch draußen von der Leine anstatt aus unserem Bett. Das leuchtete ihm ein und gab ihm einen neuen Gedanken. Sagt er, weißt du was, Hack, wir nehmen auch gleich ein Hemd. Ein Hemd? Wozu? Für Jim, um ein Tagebuch darauf zu schreiben. Sei doch nicht närrisch, Jim kann ja nicht schreiben. Na, wenn er nicht schreiben kann, so kann er doch wenigstens Zeichen darauf malen, wenn wir ihm eine Feder aus einem alten Zinnlöffel oder einem dicken eisernen Nagel machen. Ja, aber Tom, das hätten wir wieder viel einfacher und besser, wenn wir einer Gans eine Feder ausrissen. Gefangene haben keine Gänse, die im Kerker herumlaufen und sich Federn ausreißen lassen, du Dummbart. Die Gefangenen machen ihre Federn immer aus dem härtesten, verrostetsten und ältesten Stück Eisen, das ihnen unter die Finger kommt. Und dazu brauchen sie Wochen und Wochen, Monate und Monate, bis sie soweit sind und es abgefeilt haben, denn sie können es nur an der Mauer abreiben. Die nehmen keinen Federkiel, selbst wenn sie ihn haben könnten, es wäre ganz gegen die Regel. Und die Tinte? Woraus sollen wir die machen? Aus einer Kritzensaft? Dummkopf! Viele nehmen Rost mit Tränen gemischt. Aber das ist schon mehr etwas für Weiber, die es heulend verstehen. Die besten Vorbilder, die ich kenne, haben ihr eigenes Blut dazu benutzt. Das mag Jim auch tun. Wenn er aber nur eine kleine und gewöhnliche Nachricht von sich geben will, dann kann er sie auch mit einer Gabel auf einen Zinnteller schreiben und ihn dann zum Fenster hinauswerfen. So hat's die Zinnteller. Sie schicken ihm das Essen in einer Blechschüssel. Das tut nichts, die verschaffen wir ihm. Wird aber jemand seine Tellerschrift lesen können? Darauf kommt's nicht an, Hack. Er hat nur die Teller zu bekritzeln und dann wegzuwerfen. Das Lesen ist Nebensache, gehört nicht dazu. 99 Mal unter 100 bist du nicht im Stande heraus zu kriegen, was ein Gefangener auf kommt's gar nicht an. Ja, aber warum denn die vielen Teller so verderben? Warum? Schwere Not, bist du dumm? Die gehören ja dem Gefangenen gar nicht. Aber irgendjemandem gehören sie doch nicht. Na und wenn? Was liegt dem Gefangenen dran, wenn? Hier brach er ab, denn man hörte das Hornblasen, das uns zum Frühstück rufen sollte, und wir rannten dem Hause zu. Das Vielen Dank.